KRONE HIT, wir sind die meiste Musik, die besten neuen Hits, gemixt mit den KRONE HIT Greatest Hits. Hallo, es ist ein spannender Nachmittag hier bei uns, bei KRONE HIT heute. Der Lukas, unser junger Mann vom Hörerservice, hat morgen zum zweiten Mal seine Fahrschulprüfung. Und wir möchten natürlich, dass er es diesmal schafft, damit er dann nicht wieder 300 Euro hinlegen muss. Commander Leon unterstützt mich beim Projekt, wir geben Lukas Fahrstunden. Du sagst, du bist schon gefahren, du kennst dich aus? Ja. Okay. Okay. Eins vorweg. Das war nicht der Lukas. Das war irgendein anderer, der mir in der Garage angefahren ist. Vielen Dank übrigens für nicht Zettel hinterlassen. Okay, Luki, wo ist das Gaspedal? Ganz rechts. Okay. Lukas, bitte vorsichtig ausparken, mein Auto steht daneben. Ja, danke. Also, ab geht's. Jetzt geht's ans Berg anfahren, das Lieblingsteil für alle Fahrschüler. Wichtig ist, Handbremse kann man zu sicherlich immer ansehen, weil es ja immer leer läuft, Handbremse. So, und jetzt Gang einlegen. Ja. Handbremse weg. Ja. Und, bergabend, vorsichtig Rüffelungspunkt suchen. Und, weiter draufbleiben, draufbleiben, draufbleiben. Ja. Ja. Super. Also, wenn der Luki die Fahrschüler nicht schafft, dann weiß ich nichts, oder? Nee, ist das ein Sieben? Und so mit Gefühl, mit Kühlen, Luki. Ja, das Gefühl. So eine Sache. Ui. Bis jetzt hat sich der Luki super geschlagen. Ich habe so großes Vertrauen, dass ich ihn sogar mit meinem Auto üben lasse. Aber jetzt geht's an den Höhepunkt. Einpark. Dani, du hast ja nämlich keinen Parkplatzsensor im Auto, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist ja ein kleines Stadt-Blitzer-Auto und keine Luxus-Karotte. So, jetzt langsam werde ich nervös, weil der schwarze Seat ist meiner, nehme ich. Ja, geht schon noch. Aber, hast noch Platz, Lukas? Kilometer noch. Komm, komm, komm. Noch. Ja, 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 ja. Geht noch. Jetzt langsam. Ja, langsam. Ja, sehr gut. Und, Gegenrichtung. Ja, na schau, ist ja gut drinnen. Schönheitspreis gewinnt ja keiner. Aber, es wird zumindest nicht draufgefahren. Das ist schon viel wert. Nicht noch einmal leer zum Schluss, Lukas. Nicht übermütig werden, gell? Ja, drin bist. Ja, ja, da passt. Wunderbar. Also, komm an, Leon, du bist jetzt Experte. Also, der Abstand zu den einzelnen Wegen, würde ich sagen, passt. Er ist halt nicht wirklich schön. Also, jetzt nicht sehr symmetrisch, sagen wir so. Ein kleiner Schönheitsfehler, aber wir sind gute Dinge. Lucky, schlag ein. Yeah. Du hast mein Auto nicht kaputt gemacht und du schaffst es heute. Du hast mein Auto nicht kaputt gemacht, das ist mir noch viel mehr wert. Gratuliere. Mach uns keine Schande, ja? Daumen drücken. Krone Hit. Wir sind die meiste Musik.